Autofahrer fast von Gerüst aufgespießt Streben rammen sich wegen Sturm durch Windschutzscheibe München, die Szene erinnert schon fast an die Kultfilmreihe Final Destination, ein Baugerüst hat sich am Samstag gegen 12.14 Uhr durch die Windschutzscheibe und die Motorhaube eines Mercedes Kombi gebohrt. Das Gerüst ist vier Stockwerke hoch und ist auf der kompletten Länge von 15 Metern eingestürzt, berichtet Stefan Kieskalt, Pressesprecher der Feuerwehr in München. Der Mercedes war nicht das einzige Auto, das beschädigt wurde, aber in diesem Fahrzeug saß der Fahrer noch am Lenkrad, als die Gerüstelemente durch das Blech rammten. Doch der Autofahrer selbst erlebte sein persönliches kleines Weihnachtswunder. Denn er wurde nur ganz, ganz leicht verletzt. Da hatte man Riesenglück, dass nicht mehr passiert ist. Man kann fast von einem zweiten Geburtstag sprechen, so Kieskalt. Laut deutsche Presseagentur-Informationen habe er sich nur am kleinen Finger wehgetan. Der Fahrer selbst hatte nach eigener Aussage in dem Auto auf seine Frau gewartet, die gerade noch Weihnachtseinkäufe erledigen war, dann hörte er den lauten Knall auf dem Fahrzeugdach. Erst knallte es auf dem Dach, dann schossen Stangen durch die Scheibe. Da habe ich mich nach vorne gebückt und dann sind durch die Scheibe die Gerüststangen auch schon reingeschlagen, so der Betroffene. Er wäre dann nur noch schnell aus dem Wagen rausgesprungen. Im ersten Moment sei ihm noch gar nicht bewusst gewesen, was für ein Glück er hatte. Wenn ich das jetzt so sehe, totaler Wahnsinn, bilanziert er im Gespräch mit Reportern vor Ort, als er sich das entstandene Szenenbild in der Grünwalder Straße ansieht. Unter anderem erlitt er bei dem Vorfall einen Schock. Ich bin fertig. Vielen Dank.